Guten Morgen, nein, guten Abend, ähm, ja, ich begrüße euch hier recht herzlich zu einem neuen Part, und zwar Part Nummer 5, hier auf, oh Gott, was war das, hier auf The Xardas 94. Mein Name ist Alex und wir sind hier im Ultimate Team Menü, ähm, ich bin auch schon direkt auf Shop, ich hab 15.000 Münzen, ich mach mir jetzt zwei Packs auf, einfach nur, weil ich Langeweile hab. Danach werden wir ein Spielchen spielen und dann können wir wieder gehen, dann machen wir diese zwei Packs auf, zweimal davon eins, äh, ich bin irgendwie ziemlich, ziemlich müde, ich hab jetzt auch nicht gesehen, was da steht, ich bin einfach saumüde. Oh, wir haben hier Sochi, äh, Kauta, Kautablette, Kautare, oh Gott, äh, Fitness, oh, 1.000 Münzen, Objekt einlösen. Cole, Joe Cole, oh, den werden wir verkaufen. Ich weiß nicht, wie viel der bringt, machen wir einfach mal 1.000, 3 Stunden, bam. Dann, den auch direkt wegkauen. 350, 3 Stunden, so, Rubin Kazan, brauchen wir alles nicht, gehen wir mal alles anbieten, 150 Münzen, 200 Sofortkauf, ein Nachmittag, okay. Okay, den hier ebenso, diese Modifikation werden wir mal so reinsetzen, das werden wir behalten, den Vertrag werden wir ebenfalls behalten, das ebenso, das ebenso, ähm, den hier, glaube ich, können wir wegschmeißen. Wir werden mal für 150 reinsetzen und 300 Sofortkauf und den hier ebenfalls, so, dann hätten wir das erste Pack schon mal geöffnet, äh, gehen zum zweiten über, nochmal 7.500 Münzen und auf geht die Post, äh, ab geht die Post. Schwarzer, Marc Schwarzer haben wir den Torwart, oh Gott, der ist, da ist er ja, Marc Schwarzer. Ein Deutscher mit, ähm, australischen Wurzeln oder eher gesagt ein Australier mit deutschen Wurzeln, so rum, können wir es eher sagen, oh, ein, oh, 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 Oberkupperpolis 15, das ist doch mal was Schönes. Die Verträge, die Verträge alle speichern, Managerverträge, Moral brauchen wir auch noch, passen und eine Formation, Formationsmodifikation auf 433. Dann werden wir die mal reinstellen, für 500, lassen wir einen Nachmittag drauf bieten. Auf das hier lassen wir auch bieten. 300 Sofortkauf, brauche ich nämlich eh nicht. Äh, das hier ebenfalls, 300 Sofortkauf. Allbright, allbrighten. Fangen wir mal bei 300 an. Dem ebenfalls bei 300 anfangen. Ach, das geht nicht mehr, Mist. Ist voll. Das ist aber nicht gut. Dann speichern wir die verbleibenden Objekte mal. Oh, nein. Doch, hier, so. Alle verbleibenden Objekte speichern. Gut, der Tauschstapel, den werde ich dann jetzt auch mal nochmal schnell besuchen gehen. Wieso ist denn der jetzt schon voll? Was habe ich denn da alles drauf? Okay, ich habe ziemlich viele Spieler drauf. Habe ich heute noch alle drauf gemacht. Einfach sehr, sehr viele. Aber bald laufen auch alle aus. Also viele laufen aus. Die laufen jetzt nicht aus, wie man sich das vorstellt, dass die auslaufen, sondern die laufen aus. Die Zeit, ne? Nur so zur Info. Kann ja sein, dass das irgendjemand nicht versteht. Und den noch zurück, ganz zurück, ganz zurück. So, wie lange braucht der im Villa noch? 20 Minuten. Da sind 700 geboten. 1000. Oh, ganz so schon 1300. Den habe ich für 950, ne, für 850 gekauft, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Für, oder, 950, genau. Hier 650. Für wen habe ich den gekauft? Oh, Erstbesitzer, okay. Den habe ich für 2000 gekauft, aber ich glaube, den werde ich nicht los. Den habe ich für nichts gekauft, also guter Deal. Kerjakov, ebenfalls Erstbesitzer. Krasic, Erstbesitzer. EU, Erstbesitzer. Ist aber noch kein Gebot drauf. Jakunan. Bisher bin ich auch Erstbesitzer. Meiko Swell. So. Ich weiß nicht, wie viel ist Coal wert? Müssen wir mal schnell schauen. Aber der spielt bei Lille-OSC. Z.O.M., äh, 4, 3, 2, 1 war es, glaube ich, oder nein? 4, 2, 3, 1. Level, Gold, Nationalität, England. In der französischen Ligue 1. Bei Lille-OSC. Da haben wir ihn schon. Oh, keiner. Lassen wir mal die Formation weg. 2.000, 1.800, 2.500. Ja, da bewegen wir uns ungefähr in dem Rahmen. Oh, das ist sogar der Aufgewertete. Also von daher, äh, können wir da schon mal gar nichts verkehrt machen. Für den will er auch 2.100 haben, was der labert. Schaut mal. Der hat viel besseres Tempo. Und viel besseren Schuss, viel besseres Trippling. Nein, viel besseres Trippling nicht unbedingt. Aber passen auch nochmal wesentlich besser. Ja, bin mal gespannt, was die dann so bringen. Ich werde jetzt kein Spiel machen. Das werde ich nämlich morgen machen, glaube ich, oder? Na ja, komm, ich spiele jetzt noch ein Spielchen. Dann haben wir das auch hier mit, äh, untergebracht. Auf in unsere Mischmasch-Mannschaft aus Brasilianern und Portugiesen. Ja, was ist? MG Marcus 97. Ich bin zwar jetzt noch ziemlich müde, das habt ihr ja schon in Part 4 erlebt. Ivory Toast. Ha, das ist, das ist ganz gut gemacht. Ivory Toast. Äh, müde, aber egal. Das wird schon irgendwie gut gehen. Oh nein, Schnee. Ich mag die Farbe, ich mag den Schnee nicht. Dann ist das Trikot immer so schwarz, das Bayern-Trikot. Schaut euch das mal an, das Trikot sieht schwarz aus. Es leckt ein wenig. Okay, es leckt wohl etwas mehr als ein wenig. Aber es leckt. Ach, du heilige Maria, Mutter Gottes. Ich mag das ja gar nicht, wenn das so leckt. Mike Conn. Oh, der spielt den Ball direkt mal ins Aus für uns. Fabio Contrao dann beim Einwurf. Riccardo Cavaglio. Felipe Santana. Und ich denke, Rafinha auf den Außen kann auch mal ein bisschen was machen. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber egal. Carlos Eduardo. Ey, faul. Alter, warum leckt denn das so ätzend? Varela. Varela. Uh, schöner Schuss. Das sind so sauschmierige Lecks. So sau ätzend. Jetzt mal ohne Witz. Das geht einem über auf den Keks. Ich würde ja am liebsten jetzt quitten. Aber dann habe ich ja wieder diesen... Dann habe ich ja wieder nur noch 0,85. Hier als, ähm, Abbruch-Multiplikator. Vielleicht bricht der EA von alleine ab. Irgendwann. Vielleicht mal. Der hat auch Veliton. Ja, ist klar, ne? Elfte Minute. Ich konnte jetzt gar nichts machen. Ich habe die ganze Zeit geblockt. Aber der hat einfach nur geschossen. Das Ding war drin. Der hat Veliton im Sturm. Oh je. Ich ja auch. Aber trotzdem. Meine Güte. Auf Varela. Dumbia. Ah. Michel Bastos. Ey Junge. Lass mir noch den Ball. Ah, er hat Danilo. Danilo ist auch eigentlich ein ganz guter. Riccardo Cavallo. Er kommt nicht hinterher. Das gibt es doch nicht. Leandro Damião. Jetzt passt er rüber und dann ist das Ding drin oder ist es nicht? Da hat er ja viel Zeit gehabt zum Entscheiden. Oh, schade. Fast noch mit dem Bergkampfflick dran vorbeigekommen. Ja, ey. Ey, wo war denn das da mit den Elfmeter? Laber mal nicht. Du laberst, ey. Oh, der hat auch Bastos. Toll, was soll ich denn da machen, ey? Was bitte war das jetzt in Elfmeter? Da war doch nirgendwo eine Absicht zu erkennen von mir. Ich habe auch gar nichts gemacht. Ich habe B gedrückt, eben den Ball abgenommen. Oh, jetzt schau dir doch die Wiederholung nicht an. Bin interessiert denn ein Elfmeter? Das war ganz ehrlich. Ich meine, Tor kann ich ja noch verstehen. Normal ist aber ein Elfmeter. Ja, was soll ich denn da machen? Ich kann nicht spielen, wenn das so leckt. Meine Güte. Ich glaube, ich quitte gleich echt. Dann oute ich mich zwar als asozialer Quitter, aber das ist ja egal. Kein Twitter, sondern Quitter. Hat nichts mit Twitter zu tun. Und ich mache hier keine Werbung. Alter. Mach das Ding wenigstens rein. Ich glaube es nicht. Das stresst doch richtig übel, das da. Ich glaube, ihr kennt das ja bestimmt auch, oder? Also wenn es so ekelhaft leckt und man gegen irgend so einen 97er spielt, der dann viel jünger ist als einer und der gar keine Probleme damit hat, jemanden fertig zu machen, nur weil er, nur weil es bei mir die ganze Zeit leckt. durch die Beine wäre da jetzt was gewesen. Oh, falsche Richtung. Hau ihn jetzt weg. Oh, Valley Turn ist schon wieder durch. Es gibt bestimmt schon wieder irgendwas. Ne, das macht der Torwart sich selber nass. Oh Gott, ne. Ja gut, das war's dann nun mit diesem Part. Oh nein, ne. Also das geht mir echt auf den Sack. Wenn's so leckt, dann bin ich total unmitiviert überhaupt zu spielen. Das gibt's doch nicht. Das geht einem übel auf den Keks. Jetzt macht der... Siehst du, ich stricke die ganze Zeit auf B und er macht nicht die Stärke des Schusses, die ich eigentlich anvisiert hatte. Ach, Mist, das da stresst jetzt aber echt. Bin mal kurz weg. So, da bin ich wieder. Das ist bestimmt eben seine Masche. Der macht so, dass es leckt. Kann das bestimmt beeinflussen. Ganz bestimmt. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Foul. So was kennt der hier nicht. Nein. Ey, das geht mir echt auf den Sack, das da. Diese ätzenden Lacks. Da kann man gar nichts ordentliches machen. Der sollte zu Silvio gehen, äh, zu Rafinha gehen. Wieso spielst du den da lang? Ich glaub's nicht. Zu fest. Eindeutig zu fest. Uh, eine E-Mail. Ich glaub, ich sollte mein Handy mal weglegen hier. Das könnte schon Geräusche gemacht haben. Ja, mach ich mal weg. So. Ich habe keine Lust mehr. Also, dass da... Ich mein, äh, es kann jetzt sein, dass dem einen oder anderen der Part nicht gefällt, weil ich mich hier nur beschwere, aber ich beschwere mich zu Recht. Also, diese Lacks sind schon unmenschlich. Mit sowas kann man einfach nicht spielen. Und wenn es dann 3 zu 0 steht, finde ich das mehr als ungerecht, weil ich einfach gar nichts dafür kann. Und ich kann hier nichts ändern, daran, dass es irgendwie immer besser wird. Weil diese Lacks, die gehen einem übel auf den Geist. Sieht man, da wird man noch gefault, aber jetzt gibt's ja erstmal Freistoß. Bin ich mal gespannt. Und... Oh, zu früh. Äh, zu... zu... zu lasch. Ich hasse das. Ich gehe zur Halbzeit raus. Das darf es mir zu ätzend. Das darf es mir ganz ehrlich zu ätzend. Ich kann und will so nicht spielen. Oder ich, äh, ich, ich lasse den einfach laufen. Ich meine, die Gegentore interessieren mich nicht. Ich lasse das Spiel laufen und mache dann in der Zeit nichts. Genauso mache ich's. Ich bin aber weg. Wir sehen uns nach dem Spiel wieder und dann spiele ich ein neues Spiel und hoffe, dass es dann nicht mehr leckt. Wenn es dann nochmal leckt, dann höre ich auf mit dem Parade. Genauso machen wir's. Ich schieße noch einmal drauf. Zu fest. So. Bis gleich. So. Nur so ganz kurz zur Info. Ich habe das Spiel 7 zu 0 verloren. Und in der Zeit ist auch hier sehr viel abgelaufen. Kejciakov für 700. Jakunan für 350. Gansu 1300. Äh, Kameni 1500. Äh, Vermehlen für 1100. Hier Renato Auguste für 700. Äh, Milan Krasic für 1000. Der hier läuft noch. Der läuft noch. Die laufen alle noch. Da ist noch ein bisschen Zeit dabei. Oh, da ist schon geboten worden. Cessignon. Ja. Da haben wir noch einiges ausstehend. IU wollte niemand haben. Dann werden wir den mal nochmal im Nachmittag reinsetzen. Genauso wie Maiko Suel für 400. Ähm, Lierzon für 650. Und im Wieler für 1500. Gut. Ähm, Geld haben wir nochmal. Machen wir noch schnell ein Pack auf. War jetzt eine schlechte Folge. Eine ganz schlechte Folge. Und deswegen hier noch ein kleines Pack. Bin ich mal gespannt, was diesmal wird. Lenz. Lenz. Was ein Müll. Oh Gott, nein. Kann nur Tee. Mit dem kann man auch nichts anfangen. Tauschstapel ist natürlich voll. Dann kann ich... Oh, 1000 Münzen. Das ist wahrscheinlich noch das einzig Gute. Das Lazio Heimtrikot. Wir müssen alle verbleibenden Objekte im Verein speichern. Was mache ich mit dem Lazio Trikot? Das muss ich dann wohl ver... Högern. Wie man das so schön nennt. Ähm, ja. Weg damit. Gut. Gehen wir. Das war's dann mit dieser Folge. Äh, wenn ihr jetzt unter das Kommentar, unter das Video schreibt, die Folge war schlecht, kann ich das völlig zu Recht verstehen. Äh, ich fand sie selber irgendwie ziemlich durchwachsen. Bis auf die Pack Openings. Die waren eigentlich ziemlich spannend. Aber das Ergebnis war wie immer die größte Scheiße, die EA uns bieten konnte. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Und auf Wiedersehen. Ciao.